Komplizierte Verfahren, lange Wartezeiten und viel Papier. Während die Welt um uns herum immer innovativer und digitaler wird, scheint sie sich in Ämtern und Behörden nun ja noch immer recht langsam zu drehen. Doch der Eindruck täuscht. Denn im Freistaat Bayern wird die digitale Verwaltung Realität. In Zukunft sollen alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ihre Behördengänge ganz einfach online erledigen können. Dahinter steckt ein innovatives Regierungsprogramm, die Digitalisierungsstrategie Mangelat 3.0 vom Blatt zum Beit. Damit entsteht in Bayern die Verwaltung von morgen und zwar so umfassend wie nirgendwo sonst in Deutschland. Ein wichtiger Bestandteil der Strategie, das Bayern-Portal. Dieses Online-Angebot ist die zentrale Informationsquelle zu allen verfügbaren Verwaltungsleistungen, auch denen, die digital angeboten werden. Mit der Bayern-ID, eine Art Bürgerkonto, müssen sie sich nur einmal anmelden, um alle online angebotenen Leistungen von Staat und Kommunen nutzen zu können. Übrigens, die Digitalisierungsstrategie trägt ihren Namen nicht von ungefähr. Graf von Mangelat, der angesehene bayerische Verwaltungsreformer des 19. Jahrhunderts, hat schon seinerzeit die öffentliche Verwaltung des Freistaats grundlegend modernisiert. Inspiriert von dieser herausragenden politischen Leistung, soll Mangelat 3.0 Bayern nun erneut zum Vorreiter machen. Auf dem Weg in die digitale Zukunft der Verwaltung. Überzeugen Sie sich selbst! Verwaltungsreformer Verwaltungsreformer Verwaltungsreformer